Das schaut doch mal hier freundlicher aus. Alles so trostlos und kaputt. Na, den kann ich auch noch mal befreuen. So. So, gerade die so große Viecher haben, muss man eigentlich mal versuchen, alles einzusetzen, was man so hat. Ganz cool, was da eigentlich ganz praktisch ist, weil die halt den Gegner wirklich aufhält, wenn man die halt freundlich fahrt. So, schön, schön. Ist das noch irgendwo ein Geheimnischen oder so? Ich gucke mal erstmal so ein bisschen hier gerade rum. Mal gucken, vielleicht sicher hier irgendwas noch, was versteckt ist. Da ist noch ein bisschen da oben. Da ist noch so ein großes Zeug. Ja, nee, eigentlich nix. Duschen kann ich mal noch so. So, eigentlich frage ich mich auch gerade, dieser Begleiter, den wir da haben hier, unser Aufpasser, der mir tierisch auf den Sack ging, ob der jetzt eigentlich weg ist oder ob der noch da ist. Mist, da oben, darüber komme ich nicht. Ja, ich glaube, da kriegen wir noch so ein special Gegenstand, damit wir da rüber können. Irgend so ein Kettenhandschuh oder sowas. Ach, hier ist noch Vulgrim, schön. Ja, ich weiß, was die Vulgrim-Position ist. Ihr wisst das bestimmt auch. Sei ge. Der alte Vulgrim hat etwas Neues für dich. Äh, zur Not, da haben wir ja keine mehr. Du bist so weit. So, also hier können wir schon mal irgendwo irgendwann mal gelangen. Hä? So, hier kann ich doch bestimmt raus. Oder war doch hier nicht irgendwas. Achso, hier können wir runter. Ah, hier geht's noch runter. Und dann da runter. Gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja so ein komisches... Was ist das denn hier? War da mal im Bau? Hm. Das ist doch irgendwas. Naja. Oh, hier kann man schwimmen gehen. Äh, das war noch mal tauchen. Ach, das war noch mal tauchen. Da wird sogar Feinde. Nein, wie schön, wenn das jetzt nichts hier ist. Ich muss aber nicht atmen, oder? Hallo. Ach, das war noch. Okay. Boah, so viele Wege, ey. Sowas geht mir ja persönlich immer auf den Sack. Wenn es so viele Möglichkeiten gibt. Komm her, nicht weglaufen. Schwimmen. Was ist denn das? Gehen, manipulierte Fische oder was? Ach, hier ist doch was. Ah, guckt mal an. Wo ist der doch? Hier ist doch sowas. Artefakt-Soldat, ja, das ist das. Nicht das große, aber eigentlich etwas kleiner. Schön. Sowas habe ich doch besucht. Das gibt wieder schöne Seelen. So. Hier unten kann ich auch noch mal landen. Wahrscheinlich geht es dann da auch landen. Gibt es ja noch andere Wege, die ich erkunden können. Ah. Was ist das denn jetzt hier? Komm mal raus, heißt mal hier. Hey, was machst du denn jetzt hier? Oh. Oder ein Nagel. Ja. Also, die Hoops sind echt cool, muss ich sagen. So. Hier, mit dieser Masse da kann ich richtig auch mal... ...Dings einsetzen hier. Der Sensor lohnt sich dann immer wieder, richtig. Lohnt sich dann... Also, bei Soma-Masse. So, Kiste. Was hast du für mich? Hoffentlich so ein Kartenfragment. Nee, eine Abgrundrüstung. Ja. Dann hätten wir drei Teile damit. Da ist wieder so ein Ding. Das ist bestimmt gleich so ein Auftrag, wo wir da hin müssen und solche Dinge suchen. Und aktivieren, damit wir was weiß ich haben. Okay, wieder ab ins Wasser. So, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Da sind wir hergekommen, glaube ich. Oh. Ist hier noch irgendwas? Nee, da waren wir genau. Da waren wir doch gerade. Rechts waren wir noch nicht. Da geht's auch immer weiter. So, schauen wir mal, was da so ist. Was ist da erwartet? Schon wieder aber so ein Drache wahrscheinlich. Oder geht's da sogar vielleicht weiter? Hä? Was ist das denn jetzt? Das ist doch die eine Stelle da, wo wir... Äh, nee. Oh, Mensch. Ja, egal. Das war doch gerade dieses eine Dingens da, wo man da durch konnte. Also... Ja. Also, wo man eben nicht durch konnte. So, gut. Ich glaube, da haben wir alles erkundet. Was das Wasser so hergab. So, warte mal kurz rauf hier. Ja, das war doch das. Ja. Komisch. So, sperr nicht, dass da ab, wenn ich da eh durch kann. So, schauen wir mal, was hier in diesen alten Gemäuern ist. Da kann man doch bestimmt rein. Dann findet man noch da... So kleine Fischis findet man. Gut, dass ich so neugierig bin. Aha, noch einer. Gut. Schön, schön. Hätten wir wieder tausend Zählen zusammen. Ja. Schlimmer ist bei Tomb Raider damals das. Das ist der Schwung. So. Ich muss doch da bestimmt lang, oder? Oder was ist das denn hier? Äh. Ah, Mist. Was für das Viech denn? Hä? Weg da. Ähm. Okay, das kann man jetzt noch nichts ausrichten. Ach komm, wir tauchen. Also, wir können ja auch grad nicht mit... Also, das Ding war doch da. Dann muss man mit einem Kreuzklingel drauf. Und dann geht das dann da hoch. Und... So. Ich würde hier aber noch mal ein bisschen rumschwimmen. Kommt, Fischis. Ja, das ist ja auch. Oh, die Blumen könnte ich bestimmt auch zerstören. Dachte schon. Weil dann hätte ich zurück müssen und alle Blumen zerstören. Was hat der Wasserpflanz? Nein. Das hätte ich natürlich nicht gemacht. Ich würde hier noch mal hier hin. Ne, da waren wir doch, oder? Ne, da waren wir nicht. So. Oh, hier ist ne Truge. Wie komm ich denn da hin? Schön, schön. Der sucht, der wird belohnt. Oh, da hätten wir schon 1700 zählen. Ist auch schon mal jeder anordentlicher Patzen. Und... Muss ich jetzt da auch mal hinschwimmen? Ach ja, ich wollte mir Guild Wars 2 holen. Ihr könnt mal in den Comments dann reinschreiben, ob ihr das sehen wollt. Also, wie ich das jetzt playe oder so. Also, ist für mich auch relativ neu. Also, Guild Wars 2. Kenne ich noch nicht. Ich habe zwar einen Beta-Key bekommen damals, aber konnte den irgendwie nicht nehmen, weil wir da gerade an diesem Wochenende auf einer Hochzeit fahren. So. Genau. Dann könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr das gerne sehen wollen würdet. Also, würde ich sozusagen immer das aufnehmen, wenn ich spiele, so ein Teil. Ich glaube, ich würde nicht alles aufnehmen, weil das wird ja dann echt lang. Sondern immer so ein Teil sozusagen, ey, let's show, würde ich das nennen. Dann glaube ich eher. So komme ich jetzt von hier. Och, ey, das ist... Ich bin gerade völlig verpeilt. Was... Da, Willkrim? Ne, von da kamen wir. Zack, zack, zack. Boah, das ist ja riesig. Ich tue einfach alles aus. Genau, könnt ihr in den Comments reinschreiben, so, ob ihr das gerne sehen wollt oder ob ihr sagt, ne, du bist eh schon noch mal nicht so ein MMO-API. Meine Freundin. Spürt meine Sense. Also, der muss ist ja nicht so. Ist das klar. So, das war einmal hier bei Feierabend. Also, ich werde zuerst das Schwert bilden, glaube ich. Die Sense bringt es nicht wirklich, finde ich. Das war's. Hier ist sonst nichts. Ja, hier ist sonst nichts. Das ist ein komisches Ding. Wieder. Das hat irgendeine Bedeutung. Ja, glaubt mal. Das muss man bestimmt, bestimmt bald irgendwas machen. Ach, und guck mal an. Da kann ich doch tüten. Tüten. So. Ach, genau. Das habe ich gerade eben gesagt. Ach, ich kann ja auch schnell schwimmen. Schon zu wissen. So, ein Lader will ich aber gerade noch gar nicht hin. Wird eigentlich mal kurz. Da kommt man echt hoch. Aber da war doch dieses eine Teil. Ja. Man kann doch über Land dahin. Ich wollte nochmal den Landweg auch nochmal ein bisschen absuchen. Wie geht's mal kurz? Und guck mal. Ja. Was es hier noch so gibt. Vielleicht ist da irgendwas versteckt noch. Ich will auch mal spüren den Arzt. Da war wohl Grimm. Da wollte ich eigentlich nochmal hin. Mal schauen, was man da gerade noch so einkaufen kann. Karte gucken. Ah, okay. Weit ist es nicht. Was hier nicht sogar? Ja, ich glaube, da konnte man dann rechts und dann... Ach ja, die Raben gehen ja nie. So, hallo Willkrum. Und X war Artefakt verkaufen. So, hallo Willkrum. Generiert auch nachher. Das war das. Ja, das war das. Weit gingen. Wie ist das wieder? Ja. Entreißt dem Feind Zorn. Nee, nee, nee. Leeres Gefäß. Ja, das mit dem Füllen habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber naja. So. Kraftschlag. Nein. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Genau, hier könnten wir die Klinge jetzt noch erhöhen. Aber... Das wollte ich eigentlich jetzt eher nicht. Oh, was ist denn Verbrennung? Entzieht Zorn, wenn aktiv, verbrennen sie Kriegsfeinde in der... Ach so, es brennt Krieg und die kriegen alle Schaden. Nee, das fände ich gar nicht. So. Kraftverfolge. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Ach, das war die Kreissäge. Das war der Kran. Du verhandelst äußerst geschickt, mein... So. Wie kann ich bescheidener Händler dir dienen? Ich glaube, das war es eigentlich. Nee, da oben kann man noch irgendwie hoch, ne? Genau, das habe ich ja vorhin schon gemeint. Dass man da hoch kann und dann kann man da irgendwie da oben drauf springen und... Ach nee, da bin ich runtergejumped, ne? Aber da wollte ich jetzt nicht runter. Na gut, jetzt müssen wir doch wieder schwimmen. Na egal. Ähm. Ich weiß jetzt, wie der Schnellschwimmen geht. Ich bin ein Boot. Ich bin ein Boot. Oh, meine Frau kommt nach Hause. Ja. Ah, ist auch praktisch, dass ich hier nach Hause komme. Dann können wir gleich hier Schluss machen. Passend vor dem Tor. Ja. Dann noch einen schönen Tag euch und... Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüssi. Tschüssi.